Die Römer Kastrum ad Confluentes Kastrum ad Confluentes nannten die Römer ihre Siedlung am Zusammenfluss zwei so vielbesungene Flüsse. Sie hatten die Stelle gut gewählt, denn die einmalige Lage an Rhein und Mose ließ aus dem kleinen Confluentes bald das bedeutende Koblenz werden. Auf dieser Landspitze gründete der deutsche Ritterorden um 1200 seine erste Niederlassung auf deutschem Boden, daher noch heute der Name Deutsches Eck. Nicht weit von hier steht die über tausendjährige Kirche St. Kastrum. Die barocken Turmhelme der Liebfrauenkirche sind ein weithin sichtbares Wahrzeichen. Auf römischen Fundamenten steht die Thorenskirche aus dem 11. Jahrhundert. Die alten ehrwürdigen Kirchen und historisch bedeutsamen Profanbauten künden von der Pracht und Macht der einstigen kurfürstlichen Residenz statt. Jahrhundertelang war Koblenz beherrschender Mittelpunkt des politischen Geschehens und die gewaltige Anlage der Festung Ehrenbreitstein hoch über dem Rhein spricht von der bewegten Vergangenheit dieser Stadt. Kunstliebende Fürsten machten Koblenz zum geistigen und kulturellen Zentrum ihrer Zeit. In den vielen romantischen Winkeln und Höfen mit ihren plätschernden Brunnen spürt man noch einen Hauch der guten alten Zeit. Doch Koblenz ist auch eine moderne Stadt. Die Personenschifffahrt auf Rhein und Mosel und wichtige Bahnstrecken ließen hier einen bedeutsamen Kreuzungspunkt des internationalen Reiseverkehrs entstehen. Aus alter Tradition ist diese Stadt Sitz vieler Verwaltungen und Behörden. Die Rhein-Mosel-Halle macht Koblenz zu einem Ort der Tagungen und Kongresse. Moderne Architektur in Verbindung gepflegter Grünanlagen repräsentiert den Stil unserer Zeit. Zu einer so fortschrittlichen Stadt gehören natürlich auch zeitgemäße sportliche Einrichtungen. Im Sommer lockt unter anderem die schöne Anlage des Schwimmbades zur Entspannung und Erholung. Dank seiner verkehrsgünstigen Lage ist Koblenz seit Alters her einer der bedeutendsten Weinhandelsplätze. Die Regulierung der Mosel wirkte sich fördernd auf die Binnenschifffahrt aus. Koblenz ist ein wichtiger Umschlaghafen für den Güterverkehr auf Rhein und Mosel. Die Stadt am Deutschen Eck ist wirtschaftlicher und kultureller Anziehungspunkt am Mittelrhein. Über 100.000 Einwohner leben hier. Das bringt viele Probleme mit sich. Eines der wichtigsten ist das der Versorgung. Wie wird es gelöst? Im Industriegebiet von Koblenz liegt der Selbstbedienungsgroßmarkt der FD Großeinkaufer AG. Er ist einer der modernsten seiner Zeit im Bundesgebiet. Dank seiner verkehrsgünstigen Lage kommen die Kunden von weit her. Hier wird unter einem Dach auf einer Fläche von der Größe zweier Fußballfelder ein Vollsortiment nach aktuellen Erfordernissen mit rationellen Mitteln angeboten. Alles ist übersichtlich angeordnet. Jeder findet sich sofort zurecht. Was der Weltmarkt zu bieten hat, hier ist es zu finden. Die FD Großeinkaufer AG entstand aus verschiedenen Organisationen des Koblenzer Fleischergewerbes. So zeigt die Frischfleischabteilung mit ihren Kühlräumen einen besonders hohen Leistungsstand. Die erstklassige Fleischverarbeitung zeugt von hohem fachlichen Können. Alles ist sauber und appetitlich frisch. Ein berätes Zeugnis für die Leistungen der FD Großeinkaufer AG sind die zahlreichen Auszeichnungen. Das bestätigt auch die Feinkostabteilung. Unter ihren mehr als 1500 verschiedenen Artikeln findet man die ausgefallensten Spezialitäten aus aller Herren Ländern. Hier holt sich auch ein ausgefuchster Küchenchef noch Anregungen. Täglich frisch kommen Obst und Gemüse in Direktimperten. Die Wein- und Spirituosenabteilung findet hier natürlich besondere Beachtung. So ist eine Weinprobe der beste Weg, um in diesem Überangebot an Spitzenbeinen den richtigen zu finden. Einen großen Raum nehmen die Textilabteilungen mit Oberbekleidung und Wäsche für Damen, Herren und Kinder ein. Solidität und gediegene Eleganz sind die Richtlinien der großen Auswahl. Die Elektroabteilung bietet von der kompletten Stereoanlage bis zur Waschmaschine alles, was ein moderner Haushalt braucht. Das große Möbellager zeigt in übersichtlich dekorierter Gebrauchsanordnung eine beachtliche Anzahl gediegelster Möbel. Die elektronische Datenverarbeitung ist ein sichtbarer Kundendienst. Denn durch elektronenschnelle Rechnungslegung fällt das Warten vorn. Das Restaurant lädt zu erholsamer Last bei Speis und Trank ein. Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Tankstelle mit ihrer Servicestation. Hier wird ihr Wagen fachmännisch gewartet. Die Arbeitsplätze in der FD-Großeinkauf-AG sind wegen ihrer Modernität und dank dem guten Betriebsklima begehrt. Die Leistungen dieses Selbstbedienungsgroßmarktes sind überzeugend. Das beweist nicht nur ein ständig wachsender Stammkundenkreis, sondern auch der Leitsatz des Hauses, Fortschritt durch Großeinkauf. Die Arbeitsplätze in der FD-Großeinkauf-AGseinkauf-Ach einer titrein. Untertitelung des ZDF, 2020